wieder in einer neuen Runde mit mir und auch auf einer neuen Map übrigens die sich keine Ahnung keine Ahnung wenn sich Pirate Island Eis Island 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 Eisland Eisland Eislaaad so äh ich bin Blumentopf ich mach jetzt mal so D&D Alter cool über meinem Kopf schwebt tatsächlich ein Blumentopf ich seh einen Blumentopf da kommt auch ein Blumentopf ey Blumentopf da kommt die Leitern nicht hoch Kanäle wahrscheinlich kommst du gerade direkt da hoch wo ich bin Ach cool, in der Außenansicht bin ich unsichtbar und an der Stelle wo ich steh müsste ist ein Blumentopf da fliegt ist ja witzig da fliegt ein so ein keine Ahnung durch die Luft so ein Kegel oder so bei mir wo ich bin da ist ein Slime Boy in der Luft sie fliegen alle durch die Luft jetzt ist er verreckt ah da ist ein Brumenthoff der vorbeigelaufen ist an einem TNT-Block was bist du eigentlich? du bist ein Seeker oder ein Haider? äh Haider TNT-Block da kommt der Ofen angeschissen ah da hinten sind die Haider, die schießen ich mal auf äh die Sieker wir sind hier ganz dritt auf dem Dach ich bin auch auf dem Dach aber nicht ganz oben sondern bist du am TNT-Block vorbeigelaufen? äh keine Ahnung manche Sieger können der Luft fliegende bescheuere Sieger aus ach der Ofen ist ja gar oh man der hat sich gerade über mich gestellt da hat man mich nicht mehr gesehen egal ja wollen wir nicht über irgendwelche Themen reden? das wäre besser ja schon aber Sport ist Mord oh oh der kann fliegen das ist ja scheiße meine Güte ich glaube der kann fliegen da kommt es nicht zu mir hoch sonst komm ich runter ja gut dann reden wir doch mal über das Thema Sport ist Mord ha? joa haben wir ja beide was zu erzählen ja also ich habe mir ja äh gerade heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor wenigen Stunden äh beim Fußballspielen eine Fraktur zugezogen ja ja knöchlefaktur eine knöchlefaktur ja 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 wir haben erst mit dem schlimmsten Gericht also beendet es aber jetzt habe ich nur irgendwas an der Wachstumsfuge sehr kaputt gemacht jetzt darf ich für zwei Wochen so eine scheiß Tape mit so einer scheiß Stütze fragen und für mehrere Wochen keinen Sport das fühlt mich richtig an Gott weil ich eigentlich ein sportlicher Mensch bin ja das ist blöd und bei mir äh ja das Außenband gerissen ist schon ein bisschen länger her ja ja du kannst ja wenigstens laufen ja mittlerweile schon ja ich nicht ah Außenband gerissen fuck it fuck it Laufblumentopf oh nein scheiß oben hau da ab mach nur auf mich auch langsam hau ab ja hau ab nein stell dich nicht hier hinein nein da kommt mir ein Sieger entgegen ich weiß nicht nein der macht doch nicht auf komm du packst das ich glaube an dich joa ey der soll doch abhauen Alter das nämlich ihr Strohbloggen ok danke schön äh ja 3 Monate kein Sport ist natürlich auch richtig scheiße keine Frage äh noch 3 Minuten ich bin gespannt weil die waren schon ganz nah dran man kommt schon wieder der nächste ja äh ich bin grad 2 nein 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 Nein! Sag dir, dass du stirbst! Ich bin noch geflohen. Und verreckt. Da, wo ich gerade bin, sind 5 Milliarden Sieger. Scheiße, man! Das ist doch nicht ganz so einfach. Ich kann ja von hier aus alles Sieger sehen, aber die können mich anscheinend nicht... Aber das ist ein Blumentopf, den mach ich fertig. Was? Was? Wo bist du? Das ist ein Blumentopf, der durch die Gegend kommt. Ach so, das bin ich nicht. Gott sei Dank. Der ist weg. Das fände ich nämlich jetzt fatal. Jetzt zu sterben. Ich gehe jetzt einfach auf das Haus da, wo ich gerade eben war und kill sie alle. Oh oh. Ich sehe hier gerade zwei Sieger auf mich zukommen. Ich glaube, ich bewege mich mal. Au! Au! Goldliches Wasser! Ne, TMT bluckt hier hinten schon irgendwie komisch aus, aber... Ne, ne, sinds alles echt hier. Okay, ich glaube, ich bin sie los. Oh fuck! Da kommt einer! Ich sehe ihn! Wieso quitten die alle? Wahrscheinlich, weil sie schon getot sind, kann sein. Kann sein, ja. Oh fuck! Da steht ein Schwein! Beschütz mich! Ich habe Angst, ich habe hier einen Sieger gesehen und ich gehe mir jetzt entgegen, was natürlich eine Scheißidee ist. Ja. Aber du bist Gott sei Dank ein Blumentopf. Wo ist er hin? Da drüben ist einer. Auf so einer Insel. Palm, wo du nur über eine Brücke hinkommst. Bist du nicht zufällig, du oder? Ne, ich bin zwar in der Nähe, aber nicht da. Oh, in der Nähe, das finde ich jetzt natürlich doof. Hm, die ganzen Schweinen, normalerweise ist da jemand... Ist da jemand ein Schwein? Das ist eigentlich komisch, dass hier gar keiner Schwein ist. Vielleicht haben sie alle dazugelernt. Alter, das war so toll, das ist ein Scheißer. Das schwebt dann einfach, äh, das sieht er mit der Luft. Und aus dem stimmten Winkel siehst du eine Vase, aber ohne steht bei mir als 5.5 Jobs. So, 5.5 Minuten, da kommt immer langer Wand. Ich sehe ihn, aber er sieht mich nicht. Gottverdank. Loot-Dub ist in Ruhe. Stream Original in Garry's Mod. Was ist ein Clash in den Express? Was würde das hier darstellen? Wo hängen? Genau, oder so. Hm, Kopf ist ja auch witzig. Keine Ahnung, was hier mit zu tun ist, aber oh mein Gott. Oh mein. Okay, noch 30 Sekunden, jetzt kommen die hier alle mit auf die Brücke. Ich habe mich hier eigentlich nicht gefunden. Ach, du bist auf der Brücke? Ich kann dich sehen. Ja, schon, aber... Bist du jetzt auf der Insel? Ja. Da habe ich dich überlegt. Ich hatte dich mal abgeschossen. Ich komme jetzt mal angelaufen, als Bluthoff. Ich bin, äh, rechts von dir. Also, oder geradeaus. Von der Brücke aus rechts, da hüpfe ich gerade rum. Hm? Wenn du mich siehst. Ähm, warte mal. Oh, das... Fuck, ich bin eingekreist! Siehst du mich jumpen? Ich habe es geschafft, Baby. Nein. Oh man. Nein, ich habe dich nicht gelesen. Äh, ja. Die Runde ist jetzt aus und ja, damit auch die Folge. Weil ich dann zwei Folgen reichen von der Länge her eigentlich ganz gut hin. Ja, auf jeden Fall. Und... Ja. Wir sehen uns dann irgendwann im nächsten Video vielleicht. Jawohl. Tschüss Leute. Okay, Servus.